Stilles Ende von Joanne Aiken Damals, als Ma gestorben war, bekam unser Vater die Eule und wir fingen an, ihn zu hassen. Ma wurde bei einem Bombenanschlag getötet. Es geschah auf dem Frankfurter Flughafen, als sie von einem Besuch bei Tante Jeannie zurückreiste. Tschüss, bis nächsten Samstag! In der Kühltruhe ist genug Essen für eine Woche und ich will mal sehen, ob ich euch ein paar deutsche Rock-CDs mitbringen kann, hat es sich sechs Tage zuvor beim Abschied gesagt. Und das war das letzte Mal, dass wir sie sahen. Der Tod macht einen fertig, wenn er so plötzlich und unerwartet kommt. Wenn jemand sehr alt ist oder im Krankenhaus, hat man ein bisschen Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen, sich darauf vorzubereiten. Aber in Situationen wie unserer geht das nicht. Ich weiss, es klingt banal, aber wenn man selbst das Opfer ist, erschlägt einen diese Wahrheit fast. Jeder von uns war auf andere Art daneben. Meine Schwester Helen verstummte. Ich wurde süchtig nach Tortilla-Chips und Kriminalromanen. Eine Tüte Chips nach der anderen, ein Krimi nach dem anderen, zwei bis drei pro Tag. Ich besorgte mir die Bücher aus der Stadtbücherei oder kaufte Taschenbücher aus zweiter Hand auf dem Flohmarkt an der alten Bushaltestelle. Dann brach Helen ihr Schweigen und sagte, »Du wirst furchtbar dick, wenn du nicht aufhörst.« Aber ich konnte nicht aufhören. Lesen war wie eine Droge, die den Schmerz betäubt. Vater ging es am schlechtesten. Auch er fing an zu schweigen und nahm über zehn Kilo ab. Dann verkündete er plötzlich, dass er uns ins Internat schicken werde. Seine Erklärung klang vernünftig. »Ich bin Schriftsteller zum Teufel. Ich muss uns alle ernähren und die Hypothek abbezahlen. Meine Erfindungskraft muss funktionieren und das ist unter den gegenwärtigen Umständen schwer genug«, weiss der Kuckuck. »Was glaubt ihr, wie ich es schaffen soll, wenn ich dauernd an dem Eintopf zum Mittagessen denken muss oder daran, euch von der Schule abzuholen?« »Ma hätte es irgendwie geschafft, wenn wir mit ihr zurückgeblieben wären«, dachte ich, aber ich sagte nichts. Helen presste die Lippen zusammen, starrte auf ihre Füsse, drehte sich dann um und ging davon. Es war ein Schock, dass wir alle unsere Freunde und die vertraute Umgebung verlassen mussten, aber das Internat war nicht allzu schlimm. Man wusste dort über uns Bescheid und war freundlich, ohne viel Theater zu machen. Der Name unseres Vaters half vermutlich auch. Er ist ziemlich bekannt, nicht nur als Lyriker und angelsachsten Experte, er hat auch ein Buch über Alfred den Grossen und die Dänen geschrieben. Das Juwel des Königs, das fürs Fernsehen verfilmt wurde und sehr erfolgreich war. Auch deshalb hatten wir unsere Zweifel an der Begründung, mit dem er uns Internat abschob. »Er will uns bloß loswerden«, sagte ich, »weil wir ihn an Ma erinnern.« »Nun, er muss vorausplanen«, witz sprach Helen, »ein Fernseherfolg ist bald vergessen, und es ist vier Jahre her, seit er das Juwel geschrieben hat. Ich bin sicher, dass er nicht arbeitet. Er geht einfach in sein Arbeitszimmer und sitzt dort herum. Ich habe es durchs Fenster gesehen.« Deshalb will er uns nicht hier haben. Er hat Angst, dass wir fragen, woran er arbeitet. Als wir in den Weihnachtsferien nach Hause kamen, war die Eule da. Tante Jo hatte sie Vater geschenkt. Sie ist Tierärztin, und jemand hatte ihr den Vogel mit gebrochenem Flügel gebracht, wahrscheinlich nach einem Autounfall. Uns erklärte sie, »euer Vater braucht jemand, um den er sich kümmern muss.« »Warum denn nicht um uns?« Tante Jo hatte die Eule Walt Whitman genannt. Es war ein grosser Vogel, eine helle Schleiereule, etwa 30 Zentimeter hoch, so gross wie eine Katze, mit rehbraunem Rücken und Kopffedern, die in einer Art Herzspitze über den Augen zusammenliefen. Das übrige Gefieder auf Brust, Gesicht und unter den Flügeln war schneeweiss, die Augen riesig, schwarz und starr. Eigentlich war sie ein hübsches Tier, aber wir hassten sie. Wir fanden, dass sie uns verdrängt hatte. An ihren Gewohnheiten war etwas Gespenkstisches und Erschreckendes. Man wusste nie, wo man ihr plötzlich begegnen würde. Mal saß sie auf der Garderobe, mal auf dem höchsten Bord des Bücherregals, auf der Längsstange von Helens Fahrrad, auf dem Backofen oder sie schaute einen vom Küchenschrank herunter an. Der Backofen und das Medizinschränkchen gehörten zu ihren Lieblingsplätzen. »Das ist unhygienisch«, behauptete Helen wütend, doch Vater widersprach. »Quatsch, Eulen sind sehr reinliche Tiere und Whitman hat das Haus von Mäusen gesäubert. Nicht eine ist mehr hier.« Das stimmte. Früher waren Mäuse immer ein Problem gewesen. In alten Häusern wird man sie kaum mehr los. Whitman war oft in Vaters Arbeitstimmer. Er saß dort auf der Büchse des Dichters Edgar Allan Poe. Deshalb bestand Vater darauf, dass wir immer anklopften, damit ihr Whitman nicht erschreckt. »Eher, damit Vater so tun kann, als würde er arbeiten, wetten«, murmelte Helen. »Aber Vater beteuerte, dass die Eule ihm bei der Arbeit half. Ihre geräuschlose Anwesenheit fördere seine Konzentration«, erklärte er. Mir fiel ein, dass er das gleiche Format zu sagen pflegte. »Die einzige Person auf der Welt, die im Zimmer sein konnte, ohne dass sie mich vom Denken ablenkte«, sagte er, »und manchmal nannte er sie meine freundliche Stille.« Die Eule beeinträchtigte in vielerlei Hinsicht unser Leben. Das Treppenfenster musste immer weit offen bleiben, ob Regen oder Sonne, ob heiß oder kalt, und an Weihnachten war es sehr kalt, damit Whitman kommen und gehen konnte. Der Fernseher musste Punkt 10 abgeschaltet werden, weil, sagte Vater, Whitman das Geräusch und die Schwingungen nicht ausstehen konnte. »Besuche unserer Freunde mit Hunden waren unwillkommen. Eigentlich waren unsere Freunde überhaupt unwillkommen. Whitman, sagte Vater, hatte nichts übrig für Gelächter und Stimmgewehr, für Krach und Popmusik, für Küchendünste von Bratwurst und Pommes. Whitman konnte es laut Vater nicht leiden, wenn Helen Cello übte und er hasste eindeutig den Klang meiner Trompete. »Diese verflixte Eule ist nur eine Ausrede, um uns überhaupt nicht im Haus zu haben«, rief Helen eines Abends wütend und den Tränen nahe, weil Vater uns keine Party geben ließ. »Helen, ich verbitte mir diesen Ton. Überhaupt verstehe ich nicht, wie du auch nur an eine Party denken kannst«, sobald nach Marianns die Stimme versagte ihm und er schaute Helen fast hasserfüllt an. »Kapierst du nicht, du dummer Mann, dass wir auch mal an etwas anderes denken wollen? Aber wie denn, wenn wir die ganze Zeit auf Zehenspitzen herumschleichen müssen, wie auf einer Intensivstation?« Und Helen lief aus der Küche und in ihr Zimmer hinauf. Unterwegs knallte sie alle Türen zu. Verstört flog Whitman vom Tellerbord herunter und geisterte auf grossen, fahlen Flügeln durchs Haus, als würde er von einem geheimnisvollen Sturm getragen. Vater schaute bloß auf den Kalender. Er wünschte sicherlich, die letzte Ferienwoche würde im Alltempo vergehen. Als wir an Ostern nach Hause kamen, war es das Gleiche, nur noch schlimmer. Whitman gehörte offenbar lebenslänglich zu uns. Vater kaufte ihm jetzt kleine Delikatessen in der Tierhandlung. Fremdartige Mäuse, Eidechsen und Ähnliches. Die Eule hatte sich an unser Haus gewöhnt. Sie machte mehr Lärm als an Weihnachten und stiess immer mal wieder plötzlich einen merkwürdigen Schrei aus, der einen irrsinnig erschrecken konnte. Oder sie schnarchte laut, ebenfalls sehr beunruhigend, oder klappte plötzlich mit einem lauten Klick den Schnabel zu. Sie war kein friedlicher Hausgenosse. Obwohl ihre Stimme immer öfter zu hören war, hatte Vater zu unserem Unbehagen angefangen, die Eule Stille zu nennen. Whitman, sagte er, sei ein alberner Name, unpassend, würdelos. Außerdem sei Whitman ein törichter Dichter gewesen. Stille passe viel besser. Alle alten Regeln und Vorschriften waren noch in Kraft. Dazu ein paar neue. Transistorradios waren ganz und gar verboten. Ebenso Tischtennisspielen. Vater hatte Angst, Stille könnte sich aufregen. Einen Ball verschlucken und daran ersticken. Ich wollte, sie würde es tun, sagte Helen wütend. Wenn Vater wieder heiraten würde, hätte ich wahrscheinlich sehr viel dagegen. Aber wenigstens könnte man es verstehen, weil er einsam ist und unglücklich. Es wäre wenigstens natürlich. Aber sich von einer biestigen Eule tyrannisieren zu lassen, das ist einfach total unnatürlich und gruselig, wie aus diesen Geschichten von Edgar Allan Poe, die Vater uns früher vorgelesen hat. Früher, als man noch lebte, hatten wir einander viel vorgelesen, jetzt nicht mehr. Ich wette, wenn wir darauf bestanden hätten, wäre Vater irgendein Grund eingefallen, warum Whitman, Stille, es nicht mochte. Meinst du, wir können Whitman empführen, fragte ich, wenn Vater nicht zu Hause ist, das Biest in einen Korb stecken, mit dem Fahrrad weit wegfahren und ihn aussetzen? Wir können es versuchen, sagte Helen. Also fuhren wir 20 Meilen weit zum Wald von Cranfield und ließen Whitman auf einem Eichenstumpf zurück. Er war noch vor uns wieder zu Hause. So ging es also nicht. Eulen sind sehr auf einen Ort fixiert, sagte Helen. Sie hatte in einem Vogelbuch nachgelesen. Sie benutzen jahrelang dasselbe Nest. Offenbar hält Whitman dieses Haus jetzt für sein Nest. Also, dann finde ich, wir müssen ihn umbringen. Umbringen? Helen sah zuerst entsetzt aus, aber dann wurde sie nachdenklich. Tagelang gingen wir schweigend umher. So oder so waren wir alle von der Eule besessen. Das Schlimme war, dass sie mich irgendwie an Ma erinnerte. An ihrem Herren Gesicht, der braunen, herzförmigen Federkappe und den grossen, dunklen Augen war etwas, das Maas Gesicht heraufbeschwur, aber auch spöttische, schreckliche, unwirkliche Art. Ich nehme an, dass Vater deshalb so fasziniert von ihr war. Stundenlang zerbrach ich mir den Kopf nach einer idiotensicheren Möglichkeit, die Eule loszuwerden. Es musste geschehen, ohne dass Vater auch nur den geringsten Verdacht hatte, sonst wären die Folgen entsetzlich. Wahrscheinlich würde er uns zurück ins Internat schicken, uns verbieten, jemals wieder nach Hause zu kommen. In den Ferien müssten wir in Lager und er würde nie mehr mit uns sprechen. Dabei war ich wirklich der Meinung, die Tat müsse zu seinem wie zu unserem Wohl geschehen. Nur wie? Gift zum Beispiel kam nicht in Frage. Alles Derartige würde den Verdacht auf uns lenken. Eines Nachts hatte ich mich stundenlang hellwach herumgewälzt. Lange vor Morgengrauen stand ich auf. Ich hockte auf meinem breiten Fenster Simms und schaute hinaus. Unser Haus stand am Rande der Stadt. Hinter unserer Gartenhecke lag ein weites, fast 500 Hektar grosses Feld mit jungen Winterweizen, der gerade dicht und grün wurde. Dahinter ein kleiner Wald. Rechts stieg die Sonne an einem trübroten, bewölkten Himmel hoch wie eine dünne Scheibe funkelndes Gold. In dieses theatralische Licht flog ein Vogel, in dem ich rasch Whitman erkannte, der systematisch das Weizefeld nach Frühstück absuchte. Er flog ganz ruhig und ohne grössere Anstrengung dahin und stieß dann wieder plötzlich mit wildem Flügelschlag herab. Ich habe gelesen, dass eine Schleiereule alle 15 Minuten eine Maus in ihr Nest tragen kann. Ich glaube nicht, dass Whitman so viele gefangen hat, doch er hatte auch keine Jungen zu füttern. Auch er war in einer unnatürlichen Situation. Im Flug sah sein Körper keilförmig aus und die hellen Flügel wirkten im marmeladefarbenen Sonnenlicht fast durchscheinend. Und dann, als die grossen schwarzen Augen in meine Richtung schauten, war Mutters Gesicht zu erkennen. Er muss weg, dachte ich, obwohl es mir in diesem Moment sehr leid tat. Er war so hübsch, wie er da im Frühlicht hin und her glitt, dass ich gerade jetzt eine Art Mitgefühl mit Vater hatte. Dennoch, er musste weg oder wir wurden alle total verrückt. In diesem Augenblick fiel mir ein, wie es getan werden konnte. Vater musste an diesem Tag nach Edinburgh, wo ihm die Universität einen akademischen Ehrentitel verleihen wollte. Kein Geld, nur die Ehre, sagte er trocken. Dennoch, es würde ihm gut tun, wegzukommen. Es war das erste Mal seit Maastod. Er wollte in Edinburgh übernachten und am nächsten Tag zurückkommen. Er gab uns endlos Anweisungen. Und als letztes, vergesst nicht abzuschliessen und versichert euch, dass alle Lichter aus sind und lasst auf jeden Fall das Treppenfenster offen, damit Stille ein- und ausfliegen kann. Wenigstens mussten wir uns nicht um das Futter für Stille kümmern. Sie war ein Haustier, das sich selbst versorgte. Das musste man ihr lassen. Obwohl ich nicht daran zweifelte, dass Vater ihr ein paar Leckerbissen aus Schottland mitbringen würde. Keltische Mäuse oder kaledonische Eidechsen. Whitmans Weihnachtsgeschenke waren viel zahlreicher gewesen als unsere. Ein Chemie- oder ein Farbkasten, beide offenbar in letzter Minute besorgt. Vater fuhr gerade noch rechtzeitig weg, denn in unserem Strassenabschnitt wurde eine neue Wasserleitung verlegt. Auf einer Strassenseite war ein lehmiger Graben. Männer arbeiteten mit Bohrern und einem grossen Bagger. Ein langer, klumpiger Hügel lag dort, wo der fertige Graben aufgefüllt worden war. Der Lärm von Bagger und Pressluftbohrern war in den letzten drei Tagen ständig näher gekommen. Whitman hasste ihn genau wie Vater, der wirklich froh war, wegzukommen. Noch dazu heute, wo direkt vor unserem Haus gearbeitet wurde. Wenn er zehn Minuten später abgereist wäre, hätten die Männer ihren Graben schon quer durch unsere Garageneinfahrt gelegt und er hätte mit Bus und Bahn fahren müssen. Wir küssen uns nicht mehr zur Begrüssung oder zum Abschied. Benehmt euch, rief Vater, winkte aus dem Autofenster und fuhr dann rasch unter der Schaufel des Baggers davon, der gerade seine Stellung bezog. Wo ist Whitman? fragte ich Helen, als wir das Frühstücksgeschirr wegräumten. In der Speisekammer, warum? Mir ist die perfekte Methode eingefallen. Los, wir erledigen es jetzt und gehen dann weg, bleiben den ganzen Tag fort, machen Picknick in Bartley Down. Im Haus ist es sowieso nicht auszuhalten, bei dem Radau draußen. Whitman döste auf dem obersten Bord in der Speisekammer. Das machte er fast den ganzen Tag, manchmal schnarchte er auch, wie gesagt. Inzwischen war er an uns gewöhnt und fauchte und knurrte nur ein bisschen, als ich ihn herunternahm und in den Backofen setzte. Auf das unterste Blech, nachdem ich die anderen herausgenommen hatte. Ich machte die Tür zu und drehte das Gas auf. Danach schnappten wir uns ein bisschen Käse und ein paar Äpfel, schlossen Haus und Hintertür ab und flohen. Wir kamen uns vor wie Mörder, die wir schliesslich auch waren. Es wird keinerlei Anzeichen geben, wie er umgekommen ist, sagte ich. Vater kann es unmöglich herauskriegen. Wahrscheinlich glaubte er, Whitman sei in Altersschwäche gestorben. Wir haben schliesslich keine Ahnung, wie alt er ist. Vater wird schrecklich traurig sein, sagte Helen unglücklich. Vielleicht tut ihm das gut. Hoffentlich zieht er nicht los und kauft eine andere Eule. Der Tag war grauenhaft. Es war wolkig und nasskalt und wenn es nicht richtig regnete. Wir hatten Bücher mitgenommen, aber es war zu kalt, um sich irgendwo hinzusetzen und zu lesen. Also gingen wir in einem riesigen Kreis und aßen unser Mittagessen im Stehen in einem grossen Eibenwald, wo die Bäume uns ein bisschen Schutz boten und wir uns an einen der grossen, rötlichen Stämme lehnten. Einmal hörten wir den unverwechselbaren Schrei einer Eule in der Düsternis. Whitman hätte es hier gefallen, sagte Helen traurig. Es hat keinen Sinn, Nell. Du weisst, dass er sofort wieder zurückgekommen wäre. Wir haben es ja versucht. Als es dämmerig wurde, schleppten wir uns mehr tot als lebendig nach Hause. Wir hatten genau überlegt, was zu tun war. Türen und Fenster öffnen, damit das Gas entweichen konnte, dann 20 Minuten im Gewächshaus bleiben. Im Gewächshaus sorgte ein Ölofen für eine gleichmässige Temperatur. Zum ersten Mal an diesem Tag wurde uns warm. Jetzt sollte sich das Gas verzogen haben, sagte ich schließlich. Vorsichtig gingen wir hinein und rissen weitere Fenster auf. Ich drehte das Gas ab und öffnete die Backofentür, nur einen Spalt. In den Ofen schaute ich nicht hinein. Ich traute mich nicht. Lieber bis morgen warten. Ich gehe ins Bett, sagte ich. Keinen Appetit auf Abendessen. Ich auch, aber kann jetzt auch nichts mehr passieren, wenn wir uns hinlegen? Mach dein Schlafzimmerfenster weit auf und zünde kein Streichholz an. Wir krochen in unsere Betten. Ich hatte damit gerechnet, von Schuld und Entsetzen über unsere Tat gequält zu werden und wach zu liegen. Aber ich schlief wie vor einem Karateschlag umgehauen. Helen dagegen lag wach. Als sie am Morgen herunterkam, erschrak ich. Sie war weisser als Whitmans Brustlatz. Nett, Whitman hat mich die ganze Nacht verfolgt, kräzte sie. Er hat auf meinem Bettpfosten gesessen. Ach, jetzt hör schon auf, sagte ich. Aber ich bekam selber Angst. Nicht vor Gespenksten. Ich dachte, Helen hätte eine Art Zusammenbruch. Sie war so weiss und verstört und zittrig, dass ich mich fragte, ob ich den Arzt holen sollte. Er hat mich an Mutter erinnert, schluchzte Helen. Oh, nett. Warum in aller Welt haben wir das getan? In diesem Moment glitt Whitman, oder sein Geist, auf ausgebreiteten Flügeln herein. Scheuchen weg, weg von mir, schrie Helen. Whitman flog zum Bachofen, dessen Tür offen stand, und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass es darin keine Leiche gab. Es ist alles in Ordnung, du Schaf. Er ist nicht tot. An der Haustür läutete es. Ich komme vom Gaswerk, sagte der Mann, der draussen stand. Ich will euch wieder anschliessen und die Leitung prüfen. Wieder anschliessen? Habt ihr das gar nicht gemerkt? Der Bagger hat gestern die Gasleitung beschädigt. Allen Häusern auf dieser Seite wurde das Gas abgesperrt. Hey, was zum Teufel? Er sah sich plötzlich Whitman gegenüber, der im Backofen sass. Oh, das ist unsere Eule, sagte ich schwach und närrisch vor Erleichterung. Sie sitzt gern da. Ziemlich dumm von ihr, das ist ein gefährlicher Platz, sagte der Gasmann. Falls ihr nicht scharf auf gebratene Eule seid, und er machte sich an die Arbeit. An diesem Tag blieben wir zu Hause. Wir hatten keinen Unternehmungsgeist mehr. Wir ertrugen den grässlichen Radau von Baggern und Bohrern, die jetzt ein paar Meter weiter waren. Wir machten unsere Ferienaufgaben für die Schule und wurschten ein paar Klamotten. Ich mähte den Rasen. Helen machte einen Auflauf für Vaters Rückkehr. Dazu musste Whitman aus dem Ofen. Nervös und schlecht gelaunt übersiedelte er auf die Garderobe im Gang. Im Ofen war er gestern vermutlich vom Lärm und Pressluftbohren und dem Gerumpel des Backers gut abgeschirmt gewesen. Hoffentlich schatten sie nicht nochmal das Gase ab, sagte Helen. Ich sehne mich nach einem Bad. Zur Teezeit kam Vater nach Hause. Mürrisch und müde riss er die Haustür auf und Whitman flog hinaus, direkt in die Klauen des Backers. Sie schnappten zu und es war aus mit ihm. Vater und Helen fielen sich in die Arme und weinten. Er war wie Mutter, schluchzte sie. Genau wie sie schaute er einen an und sagte nichts. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Vater gab uns keine Schuld. Warum auch? Niemand war verantwortlich für stilles Ende. Aber natürlich fühlten wir uns so schuldig, als hätten wir ihn wirklich ermordet. Schließlich hatten wir das gewollt. Es war reiner Zufall, dass aus unseren Absichten nichts wurde. Wir waren wirklich Mörder. Helen kümmerte sich um Vater. Sie scheint ihre Schuld mit Tränen abgespült zu haben. Mir ist das nicht gelungen. Wahrscheinlich, weil der Gasofen meine Idee war. Und wahrscheinlich liegt es an dieser Schuld, dass Whitman mich und nicht Helen verfolgt. Nacht um Nacht ist er da, sitzt still und reglos auf meinem Bettpfosten und starrt mich mit Mutters Augen an. Ob ich in der Schule bin oder zu Hause, es ist immer das Gleiche. Niemand ausser mir sieht ihn. Merkwürdigerweise wächst er mir so langsam ans Herz.